Hallo ihr Lieben, ich bin Chiara Schoras und ich bin ein Fan und Unterstützer von den Bücherpiraten, weil ich glaube, dass wir mit unseren Gedanken unsere Welt erschaffen. Und gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo es doch alles so manchmal ein bisschen enger und eingeschränkter wirkt, es ist umso wichtiger, dass unsere Kinder und Jugendliche Inspiration bekommen und zumindest mit ihren Gedanken auf kleine oder auch große Reise gehen können. Ja, danke Martin, dass es dich gibt. Danke, dass du dich diesen Kindern und Jugendlichen widmest und immer ein offenes Ohr hast. Ja, wie überall sind natürlich auch bei den Bücherpiraten gerade die Veranstaltungen sehr eingeschränkt und dementsprechend sind sie auf Spenden angewiesen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, dann spendet doch eine Runde an die Bücherpiraten. Ich mach das auch und vielleicht sehen wir uns ja dann demnächst zu einer der nächsten Veranstaltungen, wenn es endlich mal wieder losgehen darf. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Auf bald. Auf Wiedersehen.